Sag mal, gehst du mir fremd? Nein. Na gut. Was? Warte, was? Was ist da wirklich was für euch? Ich will dir schieben, das ist was völlig anderes. Ich ess meine Kekse. Okay. Dann iss deine Kekse. Ei! 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 Nein, komm mal mit! Ich bin geschlafen. Oh mein Gott, Ike, hi, hi. Ich bin geschlafen. Äh, äh, ja, okay. Willst du eine Pilzsuppe haben? Der ist auf Pilzsuppe. Er ist ein Schwabbel-Boy. Hab ich mehr als genug. Willst du eine Pilzsuppe haben? Nee, danke. Das ist ein Dealer. Bist du mal eine Pilzsuppe haben? Das bringt dir eine Lösung. Eine Lösung, wow. Genau. So. Ja. Und jetzt? Lies dir bitte den Kastan durch. Oh, von Poseidon. Ja. Ja. Und wenn ich, wenn ich wirklich hinter dem all dem stecken würde, ne? Wäre ich ja wohl kaum so blöd und würde es euch verraten, oder? Ja. So. Hast du noch eine Pilzsuppe? Es bringt dir eine Lösung. Brrrr. 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 Oder die ist umgelandet. Ich hab's hier nicht. Aber was ist jetzt mit dir und... Schwabbel. Schlumpf? Oder Schwabbel? Schwabbel. Der Schwabbel ist so schön. Keine Ahnung, ich weiß nicht worauf du hinaus willst. Ich hab dich da gestupst. Du gestupst? Das hat voll wehgetan. Ich wär's ganz duzeleid. Ja, nur... So, erstmal hier. So. Da. Rein da. Ist dir nicht kalt? Oh, Pilzsuppe. Ja. Ist dir nicht kalt? Ne, noch nicht. Aber ab und prob, warum bin ich nackig? Ähm... Gute Frage, warum bist du nackig? Wo seid ihr eigentlich? Natürlich. Wir waren verbringend. Wir müssen, wir müssen kurz Blackys Bluthaus nennen. Jacks ist ja cool. Ich melke die Kühe. Ja, zerstört. Hast du? Äh. Hab jetzt die, die... Äh. Also irgendeine Schwemmung. Irgendjemand muss ja eigentlich was da machen. Blacky ist wieder ausgelaufen. Bin ich ausgelaufen. Ich muss das ja bitten. Ich bin kein Auslaufmodell. Also nicht immer. Äh. Manchmal vielleicht. Ich sag jetzt nix dazu. Ich... Hattest du die, oder wie? Ne. Oh Leute, was hab ich denn jetzt hier? Ein Kopf... Wo... Hä? Wo kommt denn das Ding her? Das ist das, was Blacky dir zeigen wollte. Wo kommt... Das ist was... Das ist die Axe, die da oben war. Äh. Wie kommt denn die jetzt... Scheiß Tür. Wie kommt denn die zu mir? Ich bin doch nur hier draußen lang gelaufen. Hm. Vielleicht hast du es ja eingesammelt. Ja, ist ja nicht schlimm. Da ist so ein... Da ist so ein... Wieso blubber ich eigentlich schon wieder? Brot. Ne, warte mal. Fühlt so ein bisschen besser. Schau mal auf. Ich hab geblubbert. Das war's, weil ich... Ja. Äh, da. Ja. Ich... So. Kopfspalter. Ich werd dem so... Ja. Ich werd dem so den Kopf von rüber... Ich werd dem so den Kopf spalten. Ich will sehen. 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 Ja. Ist ja gut. Nervlich. Hier. Guck an. Ne, den soll... Hallo, du sollst ihn nicht hauen. Wenn ihr einer Schwabbelboy haut, bin ich das. Wo sind überhaupt unsere... Was sind... Dinger? Ja. Die sind das letzte Mal mit kaputt gegangen, wo wir hier diese Dinger hatten, die explodiert sind. Das ist wohl... Vielleicht sind damit ja auch unsere Rüstungen putt gegangen. Ich will das nicht essen. Ja, das kann... Das, 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 das. Nein. Ich hab ja meine. Ach so. Das brauchst du nur für dich Rüstung. Und ich hab ne Rüstung. Ich hab Kekse. Okay. Ich hab Kekse, viele Kekse, Kekse. Es ist immer so chaot. Nein, danke. Ike! Ja? Bist du ein Keks? Nein. Hier ist ein Keks. Ich babbel. Ich dachte, ich wäre... Ja, Kinders, wie wollen wir denn jetzt vorgehen eigentlich? Ja, ich hab doch... Ich... Wir sollten nochmal diesen... Schieben. Schieben. Ah! Ja, schieb mich, Alter! Schieb mich! Äh! Zeig? Ja? Wir sollten nochmal zum Tempel, oder so. Was? Ja, können wir gerne machen. Ich muss nochmal gucken. Ich... Haben wir irgendwo Öpfel? Öpfel? Was für Äpfel? Äh... Rote Hunde. Äh... Weiß ich nicht. Vielleicht in der Nahrungskiste? Äh... Ne. 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 Ich hab ne Pilze und ne Äpfel. Ähm... Ich hab ganz viel Gold, damit könnte ich doch so ne goldenen Äpfel machen. Äh... Ich hab nur noch, äh, äh... Die sind Pilze und... Hm. Du kannst dich gerne bei mir bedienen, wenn du Pilze und so viel brauchst. Ich hab auch schon welche. Aber die sind nicht so gut wie meine. Die sind mit Liebe gemacht. Ja. Und mit... Schleiß. Liebe ist immer gut. Und mit... Einer besonderen Zutat. Sag mal, gehst du mir fremd? Nein. Na gut. Warte, was? 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 Was für euch? Nö. Äh... Ich wusste es. Ich wusste es. Ey, bitte halt mich in Zukunft von diesen komischen Pilzen weg. Ich weiß nicht, welche Entscheidung ich getroffen habe. Boah, wo ist er denn? Soll ich das wirklich? Ui. Du darfst hier nicht rein. Boah. 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 Hau mich nicht. Schlau mal, der Schwamm ist so schön! Boah. Hoa. Boah. 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 Ja, hier brauche ich nicht reingucken, hier sind nur Pilzsuppen. Pilze? Sascha, fährt nicht mal draußen. Also ich habe leider keine Apple mehr. Schwabbel. Schade. Hey! Wenn dir einer Schwabbel schlägt, bin ich das. Ich darf Schwabbel bei euch schlafen. Ich hab ihn nur angestupst. Soll ich dich mal anstup... Ach nee, besser nicht. Da ist ein bisschen warm. Kann ich in die andere Richtung anstupsen? Kannst du mal schieben? Ich bin ein Schieber. Hey Leute, ich hab ja keine Rotte. Was ist ein Ei? Wo ist denn hier unten das Poseider-Ding hin? Das habe ich abgerissen! Hat Blacky ihre Wut ausgelassen. Die war aber richtig wütend. Okay. Deswegen ist das hier leer. Dann könnten wir doch hier ein Gemeinschaftszimmer für Tyrods und Blacky abnehmen. Ich glaube, das ist halt das Thema einfach abschließend. Ich glaube, wir sollten hier sehen, dass wir hier wegkommen. Ich hab das Wasser nämlich langsam satt. Du könntest ja wegkommen. Du brauchst uns nur versuchen zu töten. Na klar! Ich bring euch einfach alle um, oder wat? Ihr seid doch bescheuert. Nein! Lass uns lieber zusehen, dass wir Cassie irgendwie mit Poseidon da den Kopf kürzer machen. Ich glaube, Ike würde dasselbe machen, um hier wegzukommen. Stimmt, da war ja was. Warte mal. Würde ich so nicht sagen. Naja, er hat das in der Tat genug gesagt. Sascha hat es doch vorgeschlagen. Legst du denn alles auf die Goldwaage? Wo ist die eigentlich? Sascha, du meintest ja vorher wegen dem Tempel, ob wir da nochmal hin können. Die sind wir ja alle da. Können wir ja jetzt hin. Arme Boote? Ja, los! Nee, wir sind nicht alle da. Wo ist Cassie? Ach so, Cassie ist ja bei ihrem Liebsten, stimmt. Ja, ja. Mann. Ach, da war ja was. Er ist am Montisch. Am Montisch? Haben da oben noch Boote? Da sind zwei Boote. Wir brauchen aber, glaube ich, noch eins. Ich möchte nicht. Es ist bald ganz viele Vierteldrachen. Ähm, ja. Bei mir. Sehr schön. Ähm, ja. Okay, dann bin ich auch. Wir fahren vor! Nein! Warte mal, Peggy? Könnt ihr einfach kurz auf uns warten, bitte? Äh, Schatz, ihr habt kein Boot? Ja, irgendwo, irgendwo, warte mal. Ich werfe ihr am Ort. Ja, äh, geh, geh zu Blacky ins Boot. Ah, okay. Oder zu mir. Ich mach mir mal. Ähm, ja. Hi! Hi! Wo müssen wir hin? Achso, wir müssen erst auf die anderen warten. Wiii! Warte, ich mach mir kurz ein Boot. Ich drehe mich, ich drehe mich. Drehwurm, Drehwurm, Drehwurm! Oh, Scheiße! Also, ich sag mal so, bis du das Boot hast, bin ich schon da. Bootram. Warte... Blacky, Bootram. Äh? Nein! Nein! Bitte nicht! Bootram! 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 Ich sag mal ganz ernsthaft. Leute, ich hab mein Boot gemacht. Alter, der ist voll zugedröhnt. Seid ihr euch sicher, dass wir den mitnehmen wollen? Ja, wir sind eine Gemeinschaft. Ich bin wichtig. Ja gut, dann... Den schicken wir einfach vor. Wir müssen doch auf Egg warten. Achja. 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 Da war ja was. Hä? Wieso? Wo ist der denn hin? Ich bin schon am Tempel. Oh. Wow. So, hallo. Äh, wo müssen wir hin? Sascha, ich folge dir einfach. Einfach Sascha folgen. Ja, genau. Folgt mir. Warte mal wo, geh mir hin. Eine Seefahrt, Leid, ist lustig. Eine Seefahrt, die ist schön! Warte mal wo, fahren wir eigentlich hin? Wow! Ist das dein Ernst? Und ne Bodelfall. Da kommt ein Boot angefahren, da kommen zwei Boote, da kommen drei Boote an. Ja, ich bin das... Hast du eigentlich das hingrast? Aber man hättest doch mal was sagen können, ey. Hab ich doch. Nein, haben wir nix. Guck mal auf. Nicht deutlich. Ich hab zu Tyrox gesagt, bis er sein Boot fertig hat, bin ich schon lange da. Was denn? Was ist los? Was ist los? Autsch. Sieht aus wie ne Party. Aua. Und ich verschwimm mich mal wieder, das ist so klar. Da ist jemand jetzt nicht gegangen. Oh. Oh. Wen hab ich jetzt ein... Okay. Schönen Dank noch. Hey. Hey. Oh, hi. Waren die schon vorher da? Was? Hallo? Das da oben? Die Teile hatten wir schon das letzte Mal. Ja, die hatten wir schon. Anfassen. Nein. Okay, warte. Ich glaube nicht, dass das ne gute... Aua. Das war das nicht. Ich muss die Maschigen schließen. Das hätte ich jetzt auch gesagt. So. Ich hab voll was. So. Ich geh mal gucken, ob in einen der Seiten sich was getan hat. Leute. Ich glaub ich hab echt... Ich hab was reingelaufen. Ich hab was reingelaufen. Ich hab was reingelaufen. Ich hab was reingelaufen. Könnt ich nochmal das Buch haben, was wir da gefunden haben. Warum ist da oben so ein komisches Teil? Warum hast du das nicht dabei? Ähm. Blacky. Was? Wo seid ihr eigentlich alle? Ähm. Ich bin wieder bei Sascha. Doch, ich hab das Buch dabei. So ein... Ich kann's dir nochmal gerne vorlesen. So ein... Gitter. Läs das nochmal vor. Oh, ich werd wieder voll gegurgelt. Ist toll. Ach, nicht nur du. Jetzt ist's weg. Oh. Ähm. Was ist weg? Das komische äh Monsterding, was hier, wo die Monster rauskommen. Ach so. Bitte halte mich von den Pilzsuppen fern, die sind nicht gesund. Willst du wer ist? Ich hab welchen im Inventar. Nein. Nein. Nie wieder. Erstmal fern halten. Vielleicht nach einem halben Jahr. Jetzt? Nein. Ich wollte nichts. Sie sind voll... Anwesend? Kann ich wieder stehen. Ja, ich bin noch anwesend. Kannst du das Buch einmal vorlesen? Ich will Fischkopf den Kopf unterhauen. Okay. Auf Reisen sie ist, um zu finden, was versteckt gelegen. Findet ihr sie? Es kein Zurück mehr gibt. Schärft die Klingeln, stärkt die Schilder. Drei Zacken auf euch warten. Damit hab ich den Himmel gedacht. Zwei Liebner. Zwei Liebner. Cici und Ike. Eine Macht. Das könnte das auch gut sein. Eine Macht. Zusammen sind sie stark. Auf Schwammelbeut zu schlagen. Lass mich das übernehmen. Verfehlt irgendwas. Getrennt sind sie. Dort, wo sie gefunden. Dort, wo ihr zurückkehrt. Versteckt hinter Steinen. Liebe heilt, Liebe stärkt. Hass schmerzt, Hass trennt. Schützt die zwei bis zum Ende, wenn der Waage kommt und fällt. Ihr entkommen könnt. Mit den drei Zacken könnt ihr genauso gut das und Poseidon gemeint sein. Hi. Hi. Schwabbelboy. Ich bin ein... Du bist ein Schwabbelboy. Das ist genau richtig. Schwabbelboy. Niemand stopft Schwabbelboy an. Das ist meine Aufgabe. Stopft. Mach mal an. Und wenn ich jetzt aber... ...das da mache. Ich kann fliegen. Das ist Schwabbel. Ich will nochmal. Ich kann fliegen. Ich will nochmal. Ähm. Oh. Okay. Cool. Lass mal durchgehen. Ich glaube nicht, dass das gewollt ist. Was? Guck mal. Ich habe einen Drachenkopf gefunden. Äh. Weiß nicht wirklich, ob wir einfach durch sollen. Ey. Mir ist nichts passiert. Also. Rein da. Äh. Ich bin mir nicht so sicher. Ähm. Ich will... Da ist ein Buch an der Wand. Wir sollten zumindest mal das Buch lesen. Äh. Gibst du mir mal kurz den Stein, Sascha, und den Türöffner? Äh. Den Türöffner? Au. Hey. Lass mich wieder raus. Den Schlüssel. Au. Hier ist so ein... Äh. Hä? Wo ist der? Ich schaffte... Au. Au. Deswegen. Achso. Au. Da ist ein Buch. Äh. Da sind wir alle. Ja. Naja. Also. Äh. Okay. Ähm. Ich will das Buch lesen. Lesen, 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 jajajajajajajaja. Oh, wenn du so battelst, wenn du so battelst, dann kann ich dann kann ich nicht anders. Hier, bitte. Gib mal, so ne... Hä? Was? Warum machst du da zu? Weil da... Oh, 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 oh. Achso. So ein Ratzatz. Weil da draußen sowas ist. Sowas ist. Das ist sehr prä... Das ist sehr präzise ausgedrückt, Eyck. Da ist ein Monster. Achso. Danke. Äh. Ah, ich werde liebevoll angebruggelt. Ach schön. Ähm, warte. Ich... ...lese es grob durch. Das stimmt. Was ist das denn für einer? Der hat rote Augen, der ist unheimlich. Äh. Der hat meinen Kopf. Warum ist da mein Kopf? Da bin ich, da ist Sascha und... Na, warte, du bist doch blau, warum ist der dort schwarz? Und... Ich seh deinen blauen Kopf. Hä? Nimm mal deinen Helm ab. Ja, da, guck. Äh. Es scheint auch... Ja, das ist ein Drachenkopf. Ich hab keine Ahnung, wo der herkommt. Das ist mein Schatzi. Das ist Poseidons Schatzi. Ist das der Feind? Keine Ahnung. Hm. Mein Kopf ist es nicht. Das könnte auch einfach, äh, Poseidons... Es scheint wieder mein Buch zu sein. Oder, äh, vielleicht... ...hat derjenige, der die Köpfe gemacht hat, dich gut geschützt und wollte dich damit darstellen. Oder das ist so. Okay, lilane Haare... Dunkel? Dunkel? Lilane Streifen... Schwarzes Gesicht... Schwarzes Gesicht... Kein Mund... Ich bin Schocker! Großer Mund... Kein Mund... Äh... Ja. Das sind Nasenlöcher. Die sind aber groß. Zeig mal deine her. Ja, warte. Oh. Und? Da... Da passt viel Schleim rein. Oh. Baaah! Du bist doch... Du kommst auf Ideen. So. Ja. Und du? Ich... 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 Ich lese mal das Buch so. Ja. Lese mal vor. Einer von euch muss dieses Rätsel lösen. Nur... Einer wird drauf kommen. Gebt er aber den falschen Code ein, verschließt sich die Tür wieder. Bete... Die... Rätsel... Meister... Meister... Meisterin mit Bedacht. Kleiner Tipp. Nacht. 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 Wow. Vielleicht geht mir ja irgendwann ein Licht auf in der Nacht. Nacht. Haha. Vielleicht ist mit Nacht jemand Dunkles gemeint. Äh... Ich hab ne Erleuchtung! Ich bin nicht dunkel. Du bist dunkel. Ihr seid beide dunkel. Ja, und... Und hier. Der... Der... Der ist auch dunkel. Naja, ihr seid beide dunkel. Wenn ich die Augen zumache, ist es überall dunkel. Das macht mir Angst. Das macht mir Angst. Vielleicht heißt das... Vielleicht heißt das... Vielleicht heißt das Augen zu und durch. Das ist wirklich dunkel. Das macht mir Angst. Nooo... Nooo... Armer Talbot. Warte mal. So, machen wir hier mal ein bisschen Licht. So... Einer von uns muss das Rätsel lösen. Einer von uns... Äh? Ja, gut. Die Frage ist... Ja, ich denk mal, das hängt irgendwie mit den Köppen hier zusammen. Mit den Köppen und den Köppen. Ähm... Doch. Nee. Voll krass. Doch, voll krass. Ich weiß... Lässt dir nicht drauf gekommen mit deinem Pilz-Opa, aber es ist okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja. Ich habe auch wirklich신 Vorhovertretung. Ich werde mich wieder mit dir Oiissen. Na might spann utiliz an? Cuz noch mal我在 drei, vierends Schönen. Vielen Dank.